und die Runde geht gar nicht auch noch mal das ganze toll aber ich freue mich aber auch ich kriege ich ein Anhaltigkeit verhalten doch da und dann da auch und dann hier hoch und dann hier lang schleichen zack zack hier hoch, dann hier hoch so durch die Mauer backen hier hoch oder da geht's auch hoch das ist ja alles das gleiche so wo geht's jetzt weiter da geht's weiter da hoch danke sehr da hoch so jetzt da hoch und jetzt wo geht's denn jetzt lang Moment aber ich bin auch doof ich bin auch doof obwohl, nee, Moment, ich bin nicht doof, ich bin das überall richtig haha obwohl doch doof bin ich eigentlich auch so wie ich das gerade eben gemacht habe voll runter Springer nein, Spaß, ich bin intelligent ich bin so ein Hammerburschen könnt ihr euch gar nicht vorstellen so da ist ja haha I got it yes very nice of course rausreißen und umlegen und umlegen und oh endlich, ey so was recht spektakulär haha sehr Hammer da steht Buggy oder was soll man das ist so, was haben wir erreicht was für Waffen haben wir freigeschaltet U100 U100 Leuchtpistole, okay neue Übergabeaufgabe in dieser Region und sonst nix oder nee das Auto steht da immer noch ich fahre jetzt mit dem mit dem Buggy hier der ist viel geiler oder was soll man das ist Quad eher, ne sehr instabile Lenkung muss, hat keine Servolenkung so, dann mal gucken nächsten Turm den hier ist wohl so eben ganz schnell erreichen könnte oh, da kann man Haie holen oh, yeah aber da will ich jetzt nicht hin dann das ist da wieder so ewig Camp Delta Camp Echo Thurston haben wir nicht wir holen auch in der Nähe irgendwie einen nee, ne nee oh, hier sind auch Haie fahr ich fahr fahr ich da jetzt hin da da hin da nehm ich hol ich mir da eben ein paar Haie dann ist die Aufnahme auch schon ja fast fertig das Mietigkit nehm ich mit danke so sag ich dir jetzt muss ich da mal eben Waypoint setzen einen Wegpunkt setzen damit ich weiß wo ich hin muss da oben muss ich hin hier steht auch bestimmt irgendwo ein Auto rum, oder? Auto? kein Auto? komm schon, Auto also ein fusionierendes Auto ein heiles Auto hey, nee, oder? wir können jetzt nicht erzählen dass da ein Auto die Wechsel ist aber kein Auto kann ich hier runter? ja, kann ich klar kann ich jetzt, ich hab doch mein Wingsuit fällt mir gerade immer so auf geil, Alter das sieht so geil aus der Wingsuit ist so genial den soll ich mal öfters immer nur zusetzen oder einfach nur benutzen let's go, yeah oh, die Sicht ist so geil ich hab übrigens das Sichtfeld mal ein bisschen vergrößert das war vorher auf 78% das ist das auf 100% da unten seh ich ein Hai I see ein Hai komm, ich will den Hai töten wo ist der Hai? da hinten ist der Hai ich krieg dich Hai komm her Hai Hai komm her komm schon oh Alter, ist der stark der soll mich jetzt angreifen komm komm schon Hai komm gibt's doch nicht oh, hier sind zwei Hai scheiße, ich muss aufpassen da muss ich jetzt aufpassen kann mich nicht einer eben angreifen wenn ich denjenigen dann was machen kann oh ja, nein, nein, doch nicht so anders mal nicht ich meine, anders angreifen kann ich mich nicht hier wohin stellen ja so meine ich das nicht wegschwimmen, ne so meine ich das jetzt nicht hallo oh, er ist gestorben woran ist der denn jetzt bitte gestorben, Alter lol okay Hai zwei Hai heute yeah, starke Brieftasche geil da krieg ich jetzt wesentlich Geld mehr mit mit fördern ja, Stellung Brieftasche starke Brieftasche fällt es ein und Zutat, die bei einer Fahrt des Jägers Aufgabe gefunden wurde er habe ich 6.000 nehmen und damit, Alter 8.000 hier, komm, übertreibt Junge fällt es goldenen Tigers what the fuck okay soll ich den nächsten Mal hier gleich auch noch eben mitnehmen, nur so wenn ich Hai heute mal irgendwo für brauchen sollte irgendwofür greift mich an scheiß Hai woher hi, hallo nein also, angreifen, nicht töten wir müssen noch mal heilen wo ist denn der Hai jetzt hin Heil oh, der ist voll schön, ein romantischer Sonnenuntergang nee, Sonnenuntergang ist schon noch vorbei komm, ich will jetzt mal ein bisschen Boot fahren ich fahre jetzt mal ein bisschen Boot, weißt du was, da steht der gerade so schön da hinten sind zwei Haie ich fahre jetzt gerade auf, man kann hier mit voll gut jagen so jetzt geil es geht zwar ja wesentlich besser oh, der ist ja gerade hinten gestorben jawolle warum die so spät sterben, weiß ich ja auch nicht nehm ich Hai heute na 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 Hai auch zwei Hai heute geil so, there is my boat I need to go to my boat, yes go on the boat please thanks and now drive weiter now continue driving the boat und überfahren one Hai krieg das hin boah boah hab ich mir jetzt gerade überfahren haha geil, alter das funktioniert ernsthaft, das ist ja mal voll episch hallo da jetzt Hai heute Hai heute, ja Ui Alter, war ich drin zwei Hai heute, das geht aber gar nicht jetzt geh da doch mal hoch so, klettern rauf da in den nächsten Hai, überfahren nenn ich das jetzt mal komm her komm her hä ich bin jetzt gar nicht überfahren ich wollte dich überfahren jetzt ok, den hab ich überfahren ok, den hab ich überfahren ok, den hab ich überfahren das hat man, denk ich, gehört puh perfekt direkt oh, ein geöffnetes Maile ein geöffnetes Maile ein geöffnetes Maile geöffnetes Maul, der ist immer noch in Kampfposer er ist auf einen Angriff vorbereitet doch das war zu spät auf jeden Fall für den Hai, nicht für mich wo ist der letzte Hai, da unten er ist bei seinem Freund tut mir so leid, aber ich bin heute die Dicke dieser Hai heute tut mir so sehr leid und Gas geben, und Gas geben und ihn voll überfahren pock alter das ist so geil und Hai heute jetzt man hallo kann ich den jetzt Hai heute? da jetzt, Hai heute! Ui du können wieder schön verkaufen, da kriegen wir ordentlich Geld für du das ist doch ein Hai, ich damit so viele Hai heute, das glaubt dem wir gar nicht Hi, heute! FDW auf, äh, Fahr Nein, ich hab ihn nicht erwischt Nein, ich hab ihn nicht erwischt Nein, ich hab ihn schon wieder nicht erwischt ich hab ihn nicht erwischt ah, jetzt haben wir ihn erwischt wo geht er unter? Irgendwo da ne? da liegt da das ist Quallen Junge kann man die auch irgendwie keine Ahnung töten mit Quallenhaut oder was es da gibt ich habe keine Ahnung um es mal so zu sagen auf da so kommt eine High-Od schaffen wir noch oh no wir schaffen noch zwei los geht's number one anhalten und direkt hier wieder ins Wasser rein und zack nehm ich lassen sie ihn mich bitte looten sehr herzlichen Dank was ich aber nicht verstehe ist wie unter Wasser das Blut zu spritzen kann das nur der Hai voll Blut ist wir werden es nie verstehen meine Damen und Herren es ist Rook Island da gibt es die eigenen physikalischen Gesetze so genau so sieht es aus jetzt noch ein Hai da hinten habe ich noch einen gesehen wo ist da ist er komm her Hai komm her ich überfahr dich boom dahin ist noch einer übertreib doch mal hier ich liebe dieses mit dem Reinspringen ich weiß nicht ich finde es voll episch hallo ja Hai häuten wie viel Hai heute wir haben das ist voll unnötig aber eigentlich ist das auch scheißegal weil ich habe ich ein Massenhaft gelten können so ein Effektor bisschen aufrufen wieder ein Visier aufmachen und dann gibt es überhaupt gar keinen Rückschuss mehr und so ich komme auch ich kann es sein dass die ah der Nächsten J das ist aber der letzte Kopp das ist der letzte die die sterben auch die ganze entgleichen Pose oder ich glaube ja so das ist der letzte dann töt ich keinen mehr weil ich möchte ja auch noch dass die Haie sich weiter fortbilden können und so weißt du kennst du so Fortbildung bei uns Menschen heißt es Ficken wie es bei den Haien heißt weiß ich nicht ich weiß nicht ob ich das jetzt mit einem BIEP versehen werde dieses Ficken nein denke ich will ich nicht okay vielleicht fahr doch mal rauf hier eh halt guck mal ich habe Magie ach jetzt keinen habe ich nicht mehr okay jetzt mal eben hier wieder zu irgendeinem Stützpunkt dahin kann ich das an euch verkaufen ich bin sehr gespannt wie viel so eine Haihaut bringt weil die sind ja doch schon recht selten und ja dann ist die Aufnahme auch schon wieder fast zu Ende nehme ich so mal gucken 30 oh alter 1 2 3 1 2 3 7 8 19 1 2 3 4 5 5 7 7 8 8 übertreibt ich muss mal kurz spammen da kriegen wir ordentlich Geld für 17 das sind warte mal kurz das sind ich habe gerade alles verkauft oh scheiße ich war gerade voll im Denken drin egal dann können wir auf jeden Fall erweitertes Magazin ja und Rotpunkt Visier ja sehr schön 3 geil Prozent wie viel Geld halt da bin ich jetzt blöd 510 so das sieht so geil aus ganz ehrlich so dann würde ich sagen bis erwarte ich beende jetzt die Aufnahme es hat mir sehr viel sehr viel Spaß gemacht das alles das ist so wenn man darf freut mich schon drauf mein guter Momentar auffüllen und ich empfiehlen gut und dann sage ich bei euch das Zuschauer für alle die bis jetzt mit das alles verfolgt haben und da ist er zu dem nächsten Video wenn es bei den nächsten Gameplay soll es ist er konnte die DOS raus gekommen und das ist richtig geil dafür die habe ich auch schon ein paar hochgeladen weil ich nehme voraus auf vier Partys für denn dass dieser Part ist der Scheiß am vierten Tag also sage ich ich danke euch für das Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part haut rein tschüss